Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video von mir in diesem Jahr und es ist, wie es auch im letzten Jahr schon der Fall war, natürlich der Jahresrückblick. Ich habe mir meine Punkte wieder aufgeschrieben, was ich sagen möchte und allgemein ist dieses Video dann aber zweigeteilt, denn anfangs werde ich noch ein paar, ja ich sag mal ein paar statische oder statistische Dinge zum Kanal sagen, zum Beispiel die Statistiken so ein bisschen zu 2016, welche Projekte haben wir gemacht, da ein bisschen rückblicken und dann auch einen Ausblick machen, was ich dann so 2017 mir alles überlegt habe und im zweiten Teil des Videos werde ich dann tatsächlich Dinge tun. Dinge tun, ja, werde ich Dinge erzählen, die, ja also ich werde einfach los erzählen. Das ist dann vielleicht für manche Leute nicht ganz so interessant, aber ich möchte das dann einfach mal erzählen, da werde ich dann wirklich sagen, auch private Sachen werde ich ein bisschen resümieren, was so alles passiert ist, wie ich es mir im Moment gehe, und ich muss das einfach, wie es mir im Moment geht, Entschuldigung, und ich muss das einfach mal sagen und bis ich aber dahin komme, erstmal ein paar Statistiken. Mein erster Punkt, den ich sagen wollte ist, hallo, das war auch schon der erste Punkt im letzten Jahr. Dieses Jahr seht ihr nicht wie im letzten Jahr ein komisches mit schlechter Handyqualität gefilmtes Video, dieses Jahr seht ihr tatsächlich Total Immersion Racing als Hintergrund. Ich habe ja beschlossen, die Infovideos immer so zu machen und da das hier gewissermaßen auch ein Infovideo ist, habe ich einfach beschlossen, Total Immersion Racing drunter zu legen. Denke mal, das ist in Ordnung so. Dann wollte ich Danke sagen. Danke, wirklich Danke. Einfach für dieses, ja, für viele Klicks. Man wird später in den Statistiken sehen, wie krass dieser Kanal gewachsen ist im Jahr 2016. Das ist auch immer wieder total motivierend. Danke, dass ihr die Videos guckt, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr kommentiert für jeden einzelnen Kommentar, für jeden Like, danke, wirklich für jedes Abo, für alles, Dankeschön. Ich finde das klasse. Gut, dann, ja, erstmal kommt ein bisschen formales Zeug, genau, das habe ich schon gesagt, also erstmal so ein bisschen formales Zeug, dann werde ich einfach ein bisschen plaudern. Und jetzt der erste größere Punkt sind die Statistiken 2016. Bis einschließlich 21.12.2016, das ist der Tag, an dem ich dieses Video aufnehme. Zuerst einmal habe ich die Wiedergabezeit. Also, wie viele Minuten wurden meine Videos insgesamt wiedergegeben im Jahr 2016? Und hier kommt schon mal eine unfassbar krass Zahl. Es sind 50.888 Minuten, die insgesamt meine Videos in diesem Jahr geschaut wurden. Oder 35 Tage und ein paar Stunden, ich glaube 18. Das ist eine unvorstellbar große Zahl für einen, ich sag mal, kleinen und eher eigentlich unbekannten Kanal wie mein. Denn im Endeffekt, ja, das muss man sich überlegen, alle eure Videos, also jeder von euch, der ein Video von mir angeguckt hat, wenn man das alles zusammenzählt, dann ist es genauso, wie wenn ein Typ sich hinsetzt und meine Videos über einen Monat lang am Stück und ohne Pause guckt, das ist übelst krass. Und übrigens auch fast eine Verdopplung zum Vorjahr, da waren es irgendwie 25.000 Minuten. Also fast, es ist wirklich relativ genau, es waren 25.457, glaube ich, im Vorjahr. Und jetzt sind es 50.888, also das ist wirklich 49,998 Prozent oder so. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr viel. Und dafür unfassbar danke. Als ich die Zahl gesehen habe, ist mir erst mal das Herz stehen geblieben, weil da mit sowas riesigem hätte ich niemals gerechnet. Außerdem gab es 14.253 Aufrufe, beziehungsweise es werden wahrscheinlich noch so, ja, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, es werden 40.000, äh, ja, 40.000, genau. 14.500 dürften es so am Ende des Jahres sein, vielleicht auch 15.000, die ich insgesamt in diesem Jahr gemacht habe. Und das ist auch eine riesengroße Zahl, zumal es 50,8 Prozent aller Aufrufe, die es jemals auf diesem Kanal gegeben hat, sind. Ja, und damit, und zusätzlich ist es eine Steigerung, 44 Prozent zum Vorjahr. Also das ist schon ordentlich mehr geworden und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Was es dann auch gibt, das ist tatsächlich ein bisschen schlechter geworden im Vergleich zum Vorjahr, sind 604 positive und 15 negative Bewertungen. Was ich ja total geil finde, das müsst ihr euch mal überlegen, ja. Ja, 60 zu 15, äh, 600 zu 15, ja, das ist eine, also das ist 40 mal so viele positive Bewertungen wie negative Bewertungen. Oder anders gesagt, von 40 Bewertungen sind 39 positiv und eine ist negativ. Das ist total krass. Also das, das freut mich wirklich und das zu sehen ist schön. Es ist allerdings ein bisschen schlechter. Also vorher hatten wir, im Vorjahr hatten wir 650 versus 13. Also mehr positive und weniger negative, aber das ist jetzt kein großes Problem. Zumal ich eh nicht so viel auf die Bewertungen gebe, weil, ja, hm, mir sind Kommentare eigentlich lieber. Und da ist tatsächlich das Einzige, was 2016 deutlich schlechter war als 2015. Die Kommentare sind von 1609 Kommentaren im Vorjahr, also 2015, aus 653 dieses Jahr runtergesunken. Das ist sehr, sehr schade und hat mich sehr traurig gemacht. Ist aber auch damit begründet, dass ich einfach Total Immersion Racing hauptsächlich 2015 Let's Played habe. Und Total Immersion Racing eigentlich jede Folge extrem viele Kommentare hatte. Zumal ich 2015, da komme ich später auch noch dazu, viel mehr Content geliefert habe eigentlich. Ja, 48 neue Leute haben zu meinem Channel gefunden. Das ist ganz cool. Freut mich extrem. Von den 100, also im Moment habe ich 130, 48 davon sind 2016 dazugekommen. Versus 29 Abonnenten, die uns, oder, ja, die uns, die meinen Channel, von den 82 glaube ich, oder zu den, ach, den Satz habe ich verkackt. Versus 29 Abonnenten, die im Vorjahr die Zahl auf 82 gehoben haben. So, also Anfang des Jahres 2016 hatte ich 82 Abonnenten, bin dann auf 130 hoch, um 48. Und das Jahr 2015 hat mir insgesamt 29 Abonnenten gebracht, sodass es dann am Ende 82 waren. Und dann zu den meistgeschauten Let's Plays, das ist die letzte Statistik-Sache. Und das ist ziemlich lustig, denn, ähm, die meistgeschauten Videos sind nie Let's Plays, das kann ich gleich sagen, sondern immer zwei Tutorials, die ich gemacht habe. Nämlich einerseits ein Magic YUV Tutorial mit mittlerweile 1400 Aufrufen oder so. Ne, warte, ein MSI Afterburner Games Aufnehmen Tutorial mit 1400 Aufrufen und ein Magic YUV Tutorial mit 500 Aufrufen mittlerweile. Danach kam letztes Jahr Besiege mit, ich glaube, ja, die Aufrufzahl 2015 ist relativ egal, weil es nicht richtig, oder doch, mit 353 Aufrufen, glaube ich. Dann kam ein Part Total Immersion Racing mit 200, noch ein Besiege-Part auch mit 200 ungefähr. Und dieses Jahr, also 2016, waren es tatsächlich sechs Parts von Total Immersion Racing, die allesamt die meist aufgerufenen Videos waren. Ja, also das war irgendwie so 350 bis 198 irgendwo, so in dem Bereich sind diese sechs Videos. Was ich ziemlich lustig finde in Total Immersion Racing ist tatsächlich so das, was diesen Kanal ordentlich ziehen lässt. Eigentlich war es ziemlich blöd, das Let's Play zu wenden, aber egal. Was soll es, das Spiel ist halt auch irgendwann einfach mal durch, leider. Da muss man sich Neues suchen. Dann, ja, was war die erste Folge? Das ist auch interessant, denn das ist ziemlich lustig. Die erste Folge war Need for Speed Undercover Part 8 am 7. Januar. Das ist tatsächlich insofern lustig, weil ich am 7. Januar, weil mein Kanal dann nicht in ganz einwandfreiem Zustand war, weil, und das hat mich ja ziemlich aufgeregt, 2015 gegen Ende habe ich Pokémon Channel Let's Played. Was ist mit Pokémon Channel Passiert? Da ist ein Anime gezeigt worden, also so ein kleiner Pokémon-Anime und die Rechte an gezeichneten Pokémon-Material, also an Anime und Manga und so, die hat nicht Nintendo. Nintendo hat nur die Rechte an den Spielen. Tatsächlich hat irgendeine andere Kooperation, also irgendeine andere Firma hat da die Rechte dran und die haben mir eiskalten Strike reingedrückt für genau diese Pokémon Channel Folgen, sodass ich Anfang des Jahres echt ein ziemliches Problem hatte. Ich war irgendwie so an, weiß ich gar nicht, also bis 19. Januar zählte das. Das war irgendwie so ein Probestrike, also das war gar kein richtiger, sondern das war irgendwie nur so ein, so ein, ja, so ein irgendwie irgendwas Strike, keine Ahnung. Und der lief dann nach einem Monat am 19. Januar ab, was mich auch mega genervt hat. Und im Endeffekt habe ich dadurch Anfang Januar kaum Videos hochgeladen, was dann dummerweise fortgesetzt wurde, weil ich genau ab dem 20. Januar irgendwie, glaube ich, Prüfungen hatte. Also, das war dann wirklich, da war bis Mitte Februar kamen bei mir fast keine Videos, ganz einfach, weil ich gar keine Zeit hatte, was aufzunehmen und vorher keine Videos hochladen wollte, um nicht zu riskieren, dass es wirklich zum vollen Strike wird. Und deswegen habe ich Anfang des Jahres tatsächlich relativ viel, oder relativ wenig Aktivität gezeigt, so lange muss ich sagen. Vielleicht hätten die, oder wären die Werte heute tatsächlich deutlich besser, wenn ich da ein bisschen sogar noch was hochgeladen hätte. Ja, die letzte Folge war dann, oder doch mittlerweile, wenn ihr das Video seht, kann man war dann sagen, war The Minish Cap am 31.12. um 17 Uhr. Das letzte Let's Play dieses Jahr. Und Minish Cap hat damit auch geendet und damit auch wunderschönes Jahr beendet. Das hat wunderbar gepasst, da habe ich mich übelst drüber gefreut, wie ich das gesehen habe, dass genau die allerletzte Folge am allerletzten Tag des Jahres kommt. Das ist jetzt auch vorbei, was dann der Nachfolger ist, das werde ich auch noch sagen. Ja, dann schauen wir uns mal die Projekte an. Wie ich es gerade schon gesagt habe, bis Februar eigentlich fast gar nichts, ist nichts gelaufen, so ungefähr. Gemacht haben wir Need for Speed Undercover, das ich ja echt, ich weiß nicht, wie lange habe ich das mitgeschleppt. Das war Anfang des Jahres, war das schon am Laufen. Und Ende des Jahres irgendwie habe ich das doch erst beendet, irgendwie Oktober oder so. Also das habe ich auch das ganze Jahr durchgeschleppt, irgendwie so. Diablo 3 lief Anfang des Jahres und ist im Laufe des Jahres fertig geworden. Skyward Sword war das erste Projekt, das 2016 gestartet ist auch. Also das erste neue Projekt, sage ich jetzt mal. Sowie auch beendet wurde, genau. Dann ein Let's Play Together haben wir gestartet, der Pazzi, der Nacho und ich. Wobei wir da irgendwie, weiß ich nicht, also da kommen wir ja mittlerweile kaum noch voran. Das kann sich auch noch drei Jahre ziehen, wenn das so weitergeht irgendwie. Wir haben das Stanley Parable, haben wir gestartet und beendet und jetzt seht ihr, da sind wir schon irgendwo im Oktober oder so. Also es ist wirklich Anfang, Mitte des Jahres, war kaum Aktivität bei mir irgendwie. Ich meine Skyward Sword war lange Zeit mein einziges Projekt, das ich dann auch wirklich täglich gebracht habe. Ich meine, das waren ja 100 Folgen, das sind mindestens 100 Tage, die das kam. Und danach ging es erst weiter. Minish Cap haben wir gestartet, ist das letzte Projekt, das beendet wird. Ford Racing 2 lief zwischenzeitlich und Crazy Machines läuft noch und ist auch das einzige Projekt, das ich mit ins neue Jahr nehmen werde. Interessanterweise sind das zwei Projekte weniger als im Vorjahr. Wobei das aber auch daran liegen könnte, dass ich kein kurzes Projekt dabei hatte, sondern die alle mindestens mal so 30 Parts hatte. Und im Vorjahr war es so, dass ich zum Beispiel Octodad mit sechs Folgen hatte und Autobahnraser 4 mit vier Folgen. Genau, dann um nochmal die Verbindung zum Rückblick von 2015 zu ziehen. Da habe ich einen Ausblick gehabt und da wurden unter anderem Gothic und Diablo 1 angekündigt. Beide habe ich tatsächlich leider nicht geschafft. Wobei ich auch nicht weiß, wann ich sie machen werde. Im Moment ist es so, wenn Zelda läuft, habe ich schon ein sehr Story-lastiges Spiel. Und Zelda wird noch lange Zeit laufen. Und da ist es halt irgendwie komisch, wenn ich dann ein zweites habe. Da könnte es tatsächlich sein, dass die Aktivität auf dem Channel leider komplett zurückgeht. Deswegen versuche ich immer als zweites Spiel irgendwas zu haben, das anders ist. Das nicht durch Story irgendwie besticht, sondern vielleicht ein gutes Rennspiel ist. Oder weiß ich nicht. Ja, Crazy Machines zum Beispiel. So ein Rätselspiel, irgend sowas. Das sind so Sachen, die ich im Moment da eher versuche. Genau. Dann habe ich auch noch einen kleinen Ausblick. Irgendwann wird 4Sorts starten. Ich hoffe, dass es direkt am 1. Januar starten kann. Ich weiß, es stand jetzt. Also 21. Dezember ist es absolut noch nicht fest. Und absolut noch nicht sicher. Es gibt mittlerweile zwei YouTuber, von denen einer das Projekt wahrscheinlich mit mir aufnehmen wird. Der eine, der eigentlich eingeplant ist, der sagt jetzt irgendwie, Ja, so Weihnachtsferien habe ich Zeit. Das ist ab 24. Januar. Äh, äh, nein. 24. Januar. Hö, hö, hö. Nein, 24. Dezember ist es. Weihnachtsferien vielleicht. Der andere sagt, Ja, okay. Ich kann auch. Aber erst Januar wird es was bei mir. Also ist im Moment echt ganz schön schwierig. Beide hätten Lust, das Spiel mal unbedingt zu spielen. Aber ist zeitmäßig ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Was auf jeden Fall auch starten wird, ist natürlich dann Ocarina of Time. Da freue ich mich auch schon extrem drauf, weil es ja ein Spiel ist, das ich tatsächlich so noch nie durchgespielt habe. Ich habe es weit gespielt, aber immer nur die Story und noch nie durch. Also keine Sidequests und so. Das wird auch definitiv auf 100% kommen. Ebenfalls starten wird wahrscheinlich irgendwann 2017 ein Mario Kart. Sowie das Gamecube Spiel Rallye Championship, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe. Das ist auch so ein Spiel, das ist auch total lustig. Da fährt man irgendwie, ja, Rallye. Mehr macht man da gar nicht. Genau. Was ich mir überlegt habe, das sind Dinge, die eher vielleicht kommen, ist Sentinel. Das ist ein Tower Defense Game, das stark auf Musik baut. Das klingt auf jeden Fall interessant und das will ich auch mal anspielen. Portal, der Klassiker, oder der Klassiker schlechthin, kann man sagen. Sowie RPG Tycoon, wo ich auch mal mega drauf gespannt bin, was das für ein Gameplay ist. South Park, Stick of Truth, also dieser Klassiker, den jetzt schon alle durch haben. Jetzt, wo alle fertig sind, fange ich da so langsam mit an. Ich bin am überlegen, Anti-Chemper zu bringen, was ein Spiel ist, das ich auch schon mal durchgespielt habe. Also privat, das mir mega viel Spaß gemacht hat. Sowie Age of Empires 3. Age of Empires 3 ist tatsächlich das einzige Age of Empires, das ich noch nie gespielt habe. Daher wäre es mal interessant für mich, da reinzuschnuppern. Und wenn ich das mache, dann mache ich das direkt auch per Let's Play. So viel zum Ausblick erstmal, wobei ich sagen muss, keins dieser Projekte ist wirklich versprochen. Es kann teilweise sein, dass sich das alles zieht, dass ich das vergesse vielleicht, dass da irgendwas ist, was nicht passt und so weiter und so fort. Also ich verspreche nicht, dass ich die Spiele, die ich im Ausblick genannt habe, auch spiele. Ich werde alles tun, um sie zu spielen, aber ich kann es nicht versprechen. Muss ich leider so sagen. Eier und Zelda A Link to the Past wird auch noch wahrscheinlich kommen. Da habe ich sogar schon zwölf Folgen von aufgenommen. Warum das so ist, werde ich aber dann im Let's Play entsprechend erklären. Das hat tatsächlich seinen Grund, aber das Let's Play wird erst nach Ocarina of Time und erst nach Warsorts starten. Also die beiden Let's Plays müssen erst fertig sein und dann kann A Link to the Past starten. Warum erkläre ich dann? Hat alles seinen Sinn? Ist nichts falsch. Und damit habe ich den formalen Teil abgeschlossen nach gerade mal einer Viertelstunde. Das ist doch wunderbar, hätte ich aber noch einiges zu erzählen. Und damit ich ein bisschen freier reden kann, zack, Bildschirm 1 aus. Zack, Bildschirm 2 aus, dass mir nichts mehr auf die Nerven geht. Womit fange ich am besten an? Ich würde mal sagen, mit dem, was wohl die wichtigste Sache von 2016 war, die wichtigste Aussage ist, die 2016 oder die man über 2016 treffen kann. 2016 war der letzte Scheiß. Ohne, also ich, 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 wie fange ich am besten damit an? Ich glaube, 2016 ist wirklich alles passiert. Wirklich alles. Jede einzelne Sache. Die Scheiße waren, die nur irgendwie passieren konnte. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein schlechtes Jahr erlebt. Noch nie. Das ging irgendwie im, also das, 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 der Anfang des Jahres war schon nicht so geil. Es hat mir ewig auf die Laune gedrückt, dass da dieser blöde Strike, oder Pseudo-Strike kam von Pokémon Channel. Es hat mich mega angekotzt, dass irgendwie, dass das, dass ich die Prüfung hatte. Ich habe beide Prüfungsphasen, die ich habe, habe ich schlecht abgeschlossen. Im Sommer ist meine Katze überfahren worden. Also, es ist lauter so Sachen, wo du dir denkst, das kann doch alles nicht in einem Jahr passieren. Da sind irgendwie wichtige Promis gestorben. Dann ist, dann ist, ach, ich, ich weiß nicht. Ja, jetzt gegen Ende des Jahres war ich nur noch unter Zeitdruck. Mach deine Ausbildungsprüfung, mach dein, ja, mach dein IHK-Projekt, mach dein, mach deine Dokumentation, mach das alles, mach, 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 mach. Gleichzeitig komme ich bei meiner Arbeit nicht irgendwie ins Team so richtig rein, weil ich ja andauernd mit anderem Scheiß beschäftigt bin. Und wenn das nicht schon genug wäre, hat das Mädchen, das ich, also in das ich so ein bisschen verschossen war, mir vor einiger Zeit tatsächlich, äh, veröffentlicht oder eröffnet, dass sie einen Freund hat, der natürlich nicht ich bin. Also, wirklich alles, was irgendwie negativ sein könnte, was irgendwie scheiße ist, es ist zusammengekommen dieses Jahr. Mit meinen Freunden geht es irgendwie bergab, da ist keinerlei Aktivität mehr, die komplette Gruppe ist auseinandergefallen. Meine Let's Plays, die ich auch gegen Ende des Jahres aufgenommen habe, haben mir überhaupt nicht gefallen. Ford Racing 2 war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, da hatte ich gerade gegen Ende, hat man mir das auch stark angemerkt, da war ich überhaupt nicht zufrieden damit, wie das Let's Play geendet ist. Deswegen habe ich es auch beendet, weil es wäre dann nicht besser geworden. Minish Cap war auch irgendwie entgegen meiner Erwartungen irgendwie scheiße. Ich habe es nicht hingekriegt, keine Ahnung. Und so läuft das durch im Endeffekt und das ist irgendwie überhaupt nicht schön. Jedenfalls, wenn ich könnte, würde ich 2016 tatsächlich einfach nehmen und in die Tonne treten. Und das Schlimmste daran ist, ich habe das Gefühl, dass 2017 genau derselbe Dreck wird. Mittlerweile bin ich wirklich dabei, mich an 2018 festzuklammern, weil 2018 mein Studium vorbei ist und ich dann tatsächlich ein normaler, kompletter, ich sag mal Angestellter sein werde. Ich werde ein Mitarbeiter sein, ich werde hoffentlich in der Firma übernommen, in der ich so gerne übernommen werden möchte, in der ich auch im Moment arbeite. Und das wird aber erst 2018 geschehen. Dann habe ich hoffentlich meinen Bachelor, dann ist der ganze Dreck mit den Prüfungen vorbei. Ich hasse Prüfungen und mittlerweile bin ich wirklich an dem Punkt, ich kann mich nicht mehr dazu überreden, irgendwie zu Prüfungen zu lernen und Prüfungen zu schreiben. Ich hasse es. Ich hasse, hasse, hasse Prüfungen. Ich bin überhaupt kein Prüfungsmensch. Dennoch ist es natürlich so, ein Bachelor musst du ja heutzutage leider haben, weil unser Schulsystem ja der letzte Scheiß ist. Und weil man halt einfach, weiß ich nicht, ja, weil man heute, wenn man Friseur, Lehrling sein will oder so, muss man ja auch schon Abitur haben mittlerweile. Also, das ist mittlerweile alles nicht mehr schön. Und statt dass das irgendwie mal besser gemacht wird. Hilfe, da ist gerade eine, war das eine Maus? Oh, das ist ein Stock höher, das ist mir egal. Ihr jedenfalls, alles was irgendwie scheiße ist, statt dass man dieses Schulsystem mal wirklich gescheit ausbessert. Nein, da hast du stattdessen Politiker, die irgendwie, weiß ich nicht, die komplett an den Grundrechten arbeiten, die das alles löschen möchten, die irgendwie Maßnahmen einführen, die so nah an Zensur sind, dass man sich an den Kopf fasst und fragt, wie kann man sowas nur überhaupt bedenken? Wie kommt man auf die Idee, das doch nur ins Auge zu fassen, ja? Gleichzeitig hast du diese Dreckspartei von der AfD, wo es noch flüchtlingsfeindlich ist und da hast du nicht gesehen, alles ist irgendwie scheiße, ja? Und dann hast du noch einen Haufen Idioten, die da auf Populismus reinfallen, und du hast wirklich, ach, ich weiß nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, um jetzt mal im Bogen ein bisschen zu spannen, danke. Danke an alle, die dieses Video tatsächlich bis hierhin geschaut haben. YouTube ist für mich etwas Besonderes. Es ist etwas, was ich mittlerweile einfach nur noch brauche, wovon ich fast schon abhängig bin, um es so zu sagen. Nicht, weil ich da irgendwie nur Spaß dran habe oder davon leben möchte oder so, sondern YouTube ist dieser eine Ort, dieser eine einzige Ort auf der ganzen Welt, an dem ich sein kann, wie ich möchte, an dem ich vollkommen ich selbst sein kann. Ja, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, in Minish Cap anfangen zu brüllen oder total demotiviert bin oder was, dann ist das nicht nur Frust über das Spiel oder Frust darüber, dass ich nicht gut spiele oder sowas, sondern da schwingt immer Frust aus meinem realen Leben mit, wo es mir in diesem Jahr echt nicht gut ging, wo von Anfang bis Ende irgendwie immer der Wurm drin war, wo der eine gestorben ist oder der andere, wo mal das kaputt gegangen ist, wo mal hier was nicht gepasst hat, wo meine Freunde irgendwie den Kontakt nach und nach abgebrochen haben, wo der Urlaub scheiße war, ja, das ist auch noch passiert. All das hat mich unglaublich gefrustert, aber ich kann ja nicht, ich bin niemand, der sich traut, sich irgendwie gegen andere Menschen zu erheben, der wirklich den Streit sucht und sich da irgendwie extrem mit anderen kloppt oder sowas weiß ich, ja. Und ich brauche irgendwas zum Abreagieren und YouTube erfüllt diese Aufgabe wundervoll und ich bin so unfassbar dankbar dafür, für jede einzelne Sekunde, die ihr in mich schaut, die ihr vielleicht mit mir redet, die ihr kommentiert, das ist das Allerschönste, was mir passieren kann. Ich kann hier einfach mal jemanden anbrüllen, ja. Und im realen Leben, da, wo ich nicht anbrüllen kann, wo ich vielleicht meinen Arbeitgeber nicht zusammenscheißen kann, wo ich meine Mitstudenten nicht zusammenscheißen kann, wo ich all diese Menschen, weil ich ihre Gefühle nicht verletzen möchte, wo ich sie alle nicht irgendwie angehe oder so, das kann ich mal nicht hier machen, da kann ich mal sauer sein, da kann ich mal rumbrüllen, da kann ich das alles, ja. Und danach bin ich im realen Leben auch wieder ruhig und hab meine Ruhe. Ja, das ist so unfassbar gut und das ist wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Und dafür, dass ihr mir dazu hört, jedes Mal wieder ein unglaublich fettes Danke. Ihr seid echt klasse und ich find das super von euch. Ja, ich weiß nicht, 2016 ist irgendwie der letzte Scheiß. Das kann man so sagen. Aber ich habe auch tolle Dinge angefangen. Ich habe Skyward Sword gespielt, was ein Spiel war, das mir tatsächlich sehr großen Spaß gemacht hat. Ich habe allgemein angefangen, die Zelda-Timeline durchzuspielen, etwas, womit ich jetzt mit viel Spaß dahinter sitze. Ich habe, das ist im privaten Bereich, vor Swords einmal schon komplett zu 100% durchgespielt, was auch unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das war mit einem Kumpel zusammen. Das waren echt so die schönsten Spielstunden, die ich tatsächlich in letzter Zeit hatte. Leider wollte der Kumpel nicht mit auf die Aufnahme drauf, deswegen wir das jetzt nicht aufnehmen und hochladen konnten. All das war möglich. Und ich bin so unglaublich glücklich da drüber. Ja, und da fällt auch, dass viele Negatives, und es ist wirklich extrem viel Negatives, was dieses Jahr zusammengekommen ist, das fällt dann auch gar nicht mehr so Eich ins Gewicht. Das stört mich dann nicht mehr so. Und das ist dann auch wirklich, ja, ich weiß nicht, das alles ist im Zusammenhang mit YouTube. YouTube ist wirklich im Moment dieser eine Lichtblick, den ich habe, sage ich jetzt mal, ja, weil einfach alles scheiße ist. Ein anderes Beispiel, auch was, was extrem frustrierend ist, ja, ich spiele, das weiß man vielleicht in einer Jugendkapelle. Also da spielen wir so böhmisch-märische Blasmusik und so Zeug, ja, ich liebe diese Musikrichtung auch, ich bin damit groß geworden. Das ist tatsächlich eine der Sachen, die wirklich zu meinem Leben dazugehören und die ich niemals, wirklich niemals missen möchte in meinem Leben. Jedenfalls, diese Kapelle gibt es seit vielen, vielen Jahren. Jedes Jahr ein Weihnachtskonzert in der Kirche unseres Dorfes. Ich bin seit 10 bis 12 Jahren, also seitdem ich so 9 bis 11 bin, irgendwo in dem Bereich, bin ich jedes Jahr bei diesem Konzert dabei gewesen. Habe jedes Jahr mitgespielt, wurde immer besser, wurde immer größer und mittlerweile, und dieses Jahr ist es tatsächlich nicht so. Dieses Jahr ist das erste Jahr, seit 10, 11, 12 Jahren, irgend sowas, wo ich nicht in dem Konzert mitspiele. Das alleine hat mich so unglaublich gefrustet, so frustriert und so traurig gemacht, ja. Das allein hat mir schon ein Knick mitgegeben, das war total scheiße, muss ich so einfach mal sagen. Aber, auf der anderen Seite, was habe ich dann gemacht? Ja, ich habe mich zum Trost, habe ich stattdessen die Zeit, die ich nicht mehr nutzen konnte, dafür habe ich in YouTube investiert, habe ich in Videos investiert, habe ich dazu investiert, also die, die Probezeit im Endeffekt, ja. Früher war es so, ich bin jeden Freitag, ab, weiß ich nicht, ab 15.30 Uhr ungefähr oder so, bin ich losgefahren, bin dann irgendwie um 17.30 Uhr, bin ich dann angekommen, am Bahnhof, am Zielbahnhof, bin dann noch eine halbe Stunde von meinen Eltern geholt worden, mit dem Auto, und bin dann direkt in die, äh, Probe, in die Probe meiner Kapelle gegangen. Das ging aber nicht mehr, weil ich dieses Jahr bis 17.30 Uhr schon Studium hatte, und dann niemals wieder rechtzeitig in den, äh, zum Bahnhof gekommen wäre und damit die Probe immer verpassen musste. Ich bin jeden Freitag dann einfach heim und habe Let's Plays gemacht stattdessen, und das war unfassbar schön. Das war wirklich gut, das hat mich entspannt, das hat mich glücklich gemacht, und so darf es ruhig weitergehen. Ich weiß nicht, was dieses Jahr da irgendwie los ist, ich, habe keine Ahnung, ich habe mit Skyward Sword, habe ich ein schönes Spiel gehabt, also ich hatte irgendwie viele Hoch- und viele Tiefs. Ich habe ein paar, Wunschprojekte gemacht, auch wenn mir die selber nicht gefallen haben, bei der, also was heißt, das Spiel hat mir gefallen durchaus, aber das, das, meine Aufnahmen selber, die waren nicht so schön irgendwie. Ein Beispiel dafür, zum Beispiel Civilization, habe ich aufgenommen, fünf Folgen, dann habe ich die Dinge angeschaut und habe sie gelöscht. Hat mir nicht gefallen. Dann habe ich lieber Crazy Machines stattdessen gemacht, und das war dann tatsächlich auch gut so, weil Crazy Machines ist wirklich ein schönes Spiel, da konnte ich ein bisschen knobeln, da konnte ich glücklich sein, da konnte ich das alles tun, was ich sonst nicht getan habe. Und das ist dann auch wirklich ein Ding, das hat mir, das hat mich, ja, glücklich gemacht, sage ich jetzt mal. Und, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, wie gesagt, ich vermute, es wird wieder genau derselbe Dreck, wieder genau derselbe Rotz, es wird mich demotivieren, es wird mich traurig machen, ich habe absolut keinen Bock auf Weihnachten, nicht mal mehr das, ich hasse Weihnachten, ich hasse Silvester, ich will das alles nicht. Wenigstens hat es bis jetzt noch nicht geschneit, und ich hoffe, das wird sich lange Zeit nicht ändern, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass Frühling wird, dass zumindest die Sonne draus, meine Laune wieder etwas aufhält, weil sonst gibt es ja im Moment nicht viel, was das irgendwie macht. Ich habe zwar einen netten Chat, mit einem netten Mädchen im Moment, aber, ähm, das ist dann auch schon alles, was irgendwie im Moment, so halbwegs motivierend ist, und da ist es schön, dass ich auf YouTube einfach mal nicht selber sein kann. Dass ich da wirklich, dass ich auch hier, in diesem Infovideo jetzt einfach mal frei reden kann. Ich rede mir gerade tatsächlich echt, den, den fetten Stein vom Herzen einfach runter, ja. Der ist zwar noch lange nicht runtergefallen, aber die Last würde schon deutlich, deutlich besser. Manchmal muss man einfach reden. Das mache ich gerade. Ich weiß nicht, ob du noch zuschaust. Wenn du noch zuschaust, dann, meinen Respekt und meinen Dank an dich, dass du dir das tatsächlich anhörst, weil das ist ganz schön viel gemeckert, was ich hier mache. Und, ich weiß nicht. Es ist auch so im Moment, was mich auch bedrückt. Dann können wir gleich weitermachen. Ich habe im Moment ein bisschen Zukunftsangst, weil es ist so, meine Eltern haben einen wunderschönen, riesengroßen Bauernhof. Ich möchte diesen Bauernhof übernehmen. Koste es, was es wolle. Also es ist ein ehemaliger Bauernhof. Mittlerweile haben wir nur noch zwei Pferde und ein paar Hasen und eine Katze. Die andere ist ja leider überfahren worden, die zweite. Ähm, und ich möchte diesen Hof auch unbedingt übernehmen. Das ist meine Heimat und ich möchte dort bis ans Ende meines Lebens, möchte ich da leben. Aber ich weiß im Moment nicht, wie das gehen soll. Ich habe jetzt mein Studium. Ich meine, es ist auch noch einige Zeit. Ich habe jetzt mein Studium, aber wenn das fertig ist, bin ich studierter Wirtschaftsinformatiker und dummerweise gibt es da, wo meine Eltern wohnen, so gut wie keinen einzigen Job für solche Leute, ja. Da kannst du Bauer werden, so gefühlt, so, so, so verkommen oder so, so, so sehr in der Pampa liegt das gewissermaßen, ja. Wie gesagt, das ist kein Nachteil. Ich liebe es da. Es ist still, es ist schön, es ist die perfekte Idylle. Ich liebe diesen Hof. Ich liebe ihn einfach, ja. Aber es ist halt für einen wie mich, der überhaupt nichts mit Bauerei oder sowas am Hut hat, für mich ist das so gut wie unmöglich, das Ding zu halten. Deswegen bin ich ja ursprünglich nach Nürnberg runter. Deswegen habe ich angefangen, hier zu lernen, hier zu studieren. Aber ich weiß nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich von meiner Abteilung übernommen werde, in meiner Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich den Hof übernehmen kann. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie es aussieht. Ich habe alles, ich habe von alledem keine Ahnung. Und dann gibt es auch noch so Eltern, die meinen das zwar gut, aber die kommen dann zum Beispiel an und erzählen mir jeden Samstag, dass ich doch gefälligst in eine Disco gehen soll, was ich überhaupt nicht möchte. Ich hasse Discos, ich hasse Tanzen, ich möchte diese ganzen Veranstaltungen nicht überleben, äh, nicht erleben. Ich habe nur noch zu tun, ich bin nur noch eingespannt, dann möchte ich Samstagabend einfach schlafen. Was krass ist, weil ich bin irgendwie 21 und habe halt einfach keinen Bock mittlerweile drauf, weil mein Leben mittlerweile so eingeschränkt ist, ja. Weil ich alles tun muss, weil ich so viel arbeiten muss, weil ich dies und das und jenes und überhaupt tun muss. Es ist arg demotivierend, würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, ich sage euch eins, Verbundstudium ist was Tolles, ihr habt viel Sicherheit, aber dafür müsst ihr unglaublich viel Zeit investieren. Und ihr, wenn ihr es macht, überlegt es euch gut. Es kann, es kann unglaublich gut sein. Mir hat es schon sehr viel gebracht, aber auf der anderen Seite nimmt es euch auch sehr, sehr viel. Das ist tatsächlich so etwas. Denn, ihr habt irgendwann, in späterer Zeit, ihr habt anfangs, habt ihr ein total geiles Studium, total geile Ausbildung, alles geil, aber, irgendwann seid ihr an dem Punkt, wo einfach alles zusammenkommt. Da müsst ihr viel in der Ausbildung machen, habt gleichzeitig ein Praxissemester, habt vielleicht zwei, drei Prüfungen nicht geschrieben, die ihr nachholen müsst. Und auf einmal habt ihr Hektik. Aber so richtig. Und das geht dann auch mal zwei Jahre lang, wo ihr durchgehend Hektik habt, ja. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Das habe ich, aber das habe ich mir selber aufgeladen und das habe ich tatsächlich mit voller Absicht gemacht. Ich möchte das weitermachen. Und das hier ist mein Leben. Da bin ich, da muss ich mit zufrieden sein, ja. Und das ist halt immer das, ja. Man soll sich nicht damit motivieren, dass man irgendwie, Feuerzeug. Man muss sich nicht damit motivieren, dass man irgendwie, oder, man sollte sich immer motivieren können. Das ist das Allerwichtigste tatsächlich. Das ist das, was man lernen muss. Man muss lernen, sich in jeder, in jeder Position, egal wie, wie scheiße es auch ist, man muss sich immer motivieren. Denn wenn man motiviert ist, ist die Welt immer nur halb so scheiße. Ja, sie ist vielleicht immer noch ein ganz kleines bisschen scheiße, aber man ist motiviert, man möchte es ändern. Und diese Motivation, die darf, das ist ein Feuer, das brennt in einem und das darf man niemals erlöschen lassen. Und das ist genau der Kampf, den ich im Moment habe. Ich habe irgendwie gerade saumäßig viele Feuerzeuge und Streichhölzer und so, die ich reinkippe, um das Ding irgendwie anzuhalten, aber trotzdem wird es immer weniger. Jetzt muss ich gucken, was ich mache. Ich muss gucken, wie ich es mache. Ich meine, ich habe ja heute zum Beispiel, das ist ja auch so halbe Enttäuschung, halber Gewinn. Ich habe meine Prüfungsergebnisse für die IHK-Prüfung, und zwar die schriftliche, habe ich erhalten. Ich habe 82 Punkte, 84 und 86 und komme damit irgendwie auf einen Schnitt von 84 Punkten gesamt, was eine gute 2 ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt nur eine gute 2 und dann sieht man halt alle anderen Azubis, die haben irgendwie so 90 Punkte, 92, 94. Das ist dann schon die 1, wo sie dran kratzen. Das ist natürlich dann auch wieder demotivieren, aber da darf man dann wieder nicht anfangen, sich mit den anderen zu vergleichen. Jeder ist anders und ich zum Beispiel kann schriftliche Prüfung nicht. Ich kann es nicht. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mich frage, wieso ich überhaupt studiere. Ich hasse diese Prüfung. Ich schreibe da keine Einsen. Ich schreibe Dreien. Ja? Und das, obwohl es eigentlich alles total easy ist. Und das ärgert mich halt, aber da muss man durch und ich meine, der Bachelor, der bringt mir halt einfach, ich sag mal, 50% höheren Lohn und dafür muss man sich dann auch durchkämpfen, ja? Und später ist das dann irgendwann mal egal. Wenn man 10 Jahre gearbeitet hat, dann fragt keiner mehr nach dem Abschluss, ja? Dann sieht man, oh, guck mal, du warst vielleicht, weiß ich nicht, du warst hoher Entwickler, du warst vielleicht ein Fachberater, du warst vielleicht mal ein Teamleiter, irgend sowas. Ja, cool, dich können wir gebrauchen, ja? Aber da bin ich noch nicht und da möchte ich hin und dafür muss ich alles tun. Da muss ich wirklich einfach, da muss ich hingehen und ich muss mich da einfach mal hinsetzen und das wirklich einfach tun. Aber dafür muss ich mit meinem Studium fertig werden. Ich hab, Anfang des Studiums war ich total motiviert, hab Prüfungen noch viel lieber geschrieben. Das hab ich tatsächlich gemerkt. Ich hab mittlerweile angefangen, Prüfungen zu hassen. Anfang des Studiums hab ich die noch viel lieber geschrieben. Da hab ich ja echt noch mit spekuliert, mal einen Master zu machen, vielleicht mal einen Doktor oder so. Vergesst es. Vergesst es einfach. Ich mach keinen Master, ich mach keinen Doktor, ich mach das alles nicht mehr. Ich bin zufrieden, wenn ich meinen Bachelor habe, dann verdiene ich auch 4.000 Euro brutto. Das sind, weiß ich nicht, vielleicht 2.500, 2.000 Euro irgendwas, hoffentlich, wo rauskommen. Aber ich denk mal nicht, dass ich 50% Steuern zahle. Ich mein, ich bin, als Alleinleben, da ist man nicht wirklich in, oder spart man nicht viele Steuern, da zahlt man tatsächlich einen relativ hohen Satz. Aber ich hoffe ja schon, dass so 50% drin seien. Oder wie war der Maximalsteuersatz? Ich glaub 53%. Ja, das sind dann 1.700, 1.800 Euro, die ich netto im Jahr habe. Ist eigentlich lächerlich. Im Moment verdiene ich als Azubi irgendwie 1.300 Euro im Monat. Krieg ich davon 900. Später sind es 3.800, 4.000 Euro irgendwo, mit denen ich dann arbeiten werde. Davon kriege ich dann im Endeffekt, weiß ich nicht, 1.700 oder so. Das ist schon ganz schön krass. Ja, wie viel da dann auf einmal weggekürzt wird. Was eigentlich schade ist. Da sollte man vielleicht, oder da sollten die Politiker vielleicht auch mal anfangen, die Steuersätze wieder ein bisschen hochheben. Weil, ja, die Inflation kommt, man kriegt nichts mehr für Kredite. Da wäre es schon schön, wenn man zumindest ein bisschen mehr von dem Geld noch hätte. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Ja, und das ist zurück zum Thema. Ich muss mich halt einfach da motivieren. Sobald ich erstmal arbeiten werde, bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Dann kann ich einfach wirklich mal ein ganzes Jahr einfach arbeiten. Das habe ich 2013 bis 2014 gemacht. Das war das schönste Jahr, das ich bisher erlebt habe, tatsächlich. Also Ende 2013 bis Ende 2014 war das so. Oktober, glaube ich, jeweils. Das war das schönste Jahr, das ich erlebt habe. Ich konnte mich hinsetzen. Ich konnte einfach arbeiten. Ich war mit coolen Leuten im Team. Ich hatte viel Spaß. Ich war da. Ich konnte viele neue Dinge lernen. Ich musste mich nicht. Ich hatte keinen Stress, keinen Prüfungsstress. Ich war wirklich, es war das schönste Jahr, das ich bisher erlebt habe. Und danach wurde tatsächlich, seitdem geht es eigentlich da nieder. Also seit Ende 2014 sinkt alles immer weiter ab. Und ich hangel mich mittlerweile unfassbar fest auf 2018. Einfach mit dem Ziel, dass ich wirklich, wirklich, wirklich einfach in das Berufsleben einsteigen kann. Es ist so unfassbar schön. Es ist nicht scheiße. Es ist, es ist wirklich, ich habe da viel mehr Freude und ich bete. Ich bete wirklich jeden Tag, jede Sekunde, bete ich im Endeffekt, dass es näher kommt. Ich zähle jetzt schon, ihr seht es ja, ich zähle jetzt schon die Tage. Ich glaube, Plan ist es wirklich so Februar 2018. Das wäre der geilste Februar aller Zeiten, ja. und dann einfach erst mal arbeiten. Es ist unfassbar schön, glaubt es mir, ja. Also zumindest als Informatiker arbeiten ist viel, viel schöner als Informatik studieren, weil Informatik studieren, das macht einfach keinen Spaß irgendwann mehr. Ich möchte praktisch arbeiten. Ich bin ein sehr praktischer Mensch, aber für praktische Menschen gibt es leider keine Möglichkeit, ein Studium zu kriegen. Zumindest nicht in Informatik, das ist alles theoretisch. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist auch wirklich was, was man dringend überarbeiten muss. Zu sagen, ja, den Bachelor gibt es und das ist theoretisch, hilft nichts. Ich meine, klar, dass Master und Doktor theoretisch sind, ist klar. Master ist Spezialisierung auf ein theoretisches Gebiet und Doktor ist dann wirklich Forschung in einem neuen Gebiet. Das sind theoretische Sachen. Da muss man Dinge verstehen. Aber den Bachelor würde ich vielleicht einfach noch ein bisschen praktischer ansiedeln. Dass das nicht nur so viel Theorie ist, so irgendwie so die Grundtheorie, sondern dass man da auch noch mehr Praktisches reinbaut. Ich bin schon an einer Hochschule, die sehr praktisch ist, aber es reicht mir noch nicht mal mehr annähernd. Das ist alles so ein hochtheoretischer Dreck. Ja, das ist nicht mehr feierlich. Macht mir keinen Spaß, so muss man es sagen. Was dann auch, interessanterweise, was mich auch mega, mega, mega demotiviert, ist tatsächlich die Tatsache, dass Leute, die nichts können, bessere Noten schreiben als ich. Und mit nichts können meine ich, die können eine Sache, nämlich auswendig lernen. Mehr können die nicht. Aber das auswendig lernen haben die derart perfektioniert, dass die dann mit einem Zweier, mit einer 2.0 aus der Prüfung rausgehen, während ich 2.7 oder 3 habe. Und das kotzt mich an, weil ich derjenige bin, der es versucht zu verstehen. Aber das ist heutzutage gar nicht mehr wichtig. Man macht sein Abitur, indem man auswendig lernt. Man macht seinen Bachelor, indem man auswendig lernt. Und ich wette, was im Master, das ist genau derselbe Dreck. Und das finde ich schade. Das finde ich unfassbar schade, ja. Wenn man dann unbedingt das Denken fördern will, dann sollte man das Denken auch fördern, nicht das auswendig lernen. Das war im Abitur total krass bei uns. Wir waren 54 Abiturienten und irgendwie 5 oder 6 von denen sind durchs Abitur gekommen, indem sie auswendig gelernt haben. Die konnten nichts. Also das ging los wirklich mit mathematischen Gleichungen irgendwie. Du hast irgendwie eine relativ einfache mathematische Gleichung gehabt. Irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie x plus 3 in Klammern durch 5 ist gleich a mal 2 plus 5 in Klammern mal 6 durch 5 irgendwie sowas, ja. Und dann wurde gesagt, ja jetzt mach mal, hier löst mal nach x aus. Oder so. Das konnten die nicht. Das können, das können die nicht. Und die haben Abitur geschafft. Die haben ihr Abitur. abgelegt. Die konnten einfache grundlegende mathematische Dinger nicht. Ja und da ist doch irgendwas kaputt am System. Verstehe ich nicht, ja. Ich meine und dann sehe ich irgendwie da haben saumäßig viele irgendwie teilweise nur mit auswendig lernen mit geschickter Fächerbelegung haben die teilweise 1er Abitur. Wir hatten irgendwie einen 1.0er oder einen 1.3er oder sowas im Abi. Was ich total krass fand, ja. Dann kommt halt raus ja irgendwie ja wir sind am naturwissenschaftlichen Gymnasium aber der hatte nicht mal mehr eine Naturwissenschaft im Abi weil das ist ja auch der nächste totale Scheiß wo ich mir denke was ist los mit euch Leute ist tatsächlich erlaubt dem Abitur an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium die Naturwissenschaft abzuwählen so dass man irgendwie weiß ich nicht zwei Sprachen hat und dafür dann keine Naturwissenschaft andersrum darfst du aber die Sprache nicht abwählen nein du musst eine Sprache machen was einfach scheiße ist irgendwie so ja ja und das 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 kotzt mich an irgendwie so das kotzt mich alles an aber naja jetzt bin ich wirklich ein bisschen arg vom Thema abgeschwiffen ich habe auf jeden Fall gemerkt dass da weiß ich nicht also im Moment geht es mir einfach echt nicht gut ich muss gucken wie sich das auf zukünftige Let's Plays aufnimmt im Moment nehme ich ein bisschen was im Voraus auf weil es ist tatsächlich dieses Jahr genauso wie letztes Jahr nämlich so dass ich Januar und Februar wahrscheinlich zumindest Anfang Februar noch sehr eingespannt bin Prüfungen mit unterschiedlichsten und irgendwann dann so ab Mitte Februar habe ich dann überhaupt erst wieder Zeit was aufzunehmen jetzt muss ich gucken wie ich das am besten mache Ocarina of Time wollte ich ja eigentlich erst live immer aufnehmen dass ich irgendwie jeden Tag irgendwie so 20-30 Minuten aufnehme und dann immer nur so 2-3-4 Folgen im Voraus habe dass ich einfach wirklich auf Zuschauerfeedback auch eingehen kann das wird schwer umzusetzen muss ich tatsächlich sagen jetzt bin ich wirklich am überlegen ob ich nicht vielleicht sogar mal ich weiß noch nicht wie ich es mache ob ich jetzt anfange und Ocarina of Time vielleicht morgen noch mal länger aufnehme oder ob ich es anders mache ich weiß es nicht gut dann würde ich mal sagen ich schalte meinen Bildschirm wieder ein 1 2 und höre vielleicht mal so langsam aufzureden es soll jetzt mal genug sein vom Jahresrückblick wir sind glaube ich irgendwie bald bei weiß ich gar nicht halbe Stunde oder so wie viel sind wir denn Outer City sag mal dauert jetzt noch kurz weil ich nicht sehe wie weit wir sind jetzt sehe ich das wir sind bei knapp einer Dreiviertelstunde die jetzt dieser Jahresrück gedauert hat ich habe gut 35 minuten lang hilft im Moment hilft im Moment einfach gar nicht genau wie gesagt ich muss mal gucken ob ich Ocarina of Time vielleicht im Voraus schon aufnehme dass vielleicht dann irgendwie jeder zweite Tag nur noch in Zelda kommt weil das wird Januar wahrscheinlich ein bisschen ausdünnen den Rhythmus den ich im Moment habe dass wirklich jeden Tag zwei Videos kommen den werde ich im Januar und im Anfang Februar absolut nicht halten können da wird es vielleicht wieder auf jedes jeden Tag ein Video rauslaufen aber ich werde definitiv das habe ich mir für 2017 als einziges als wirklich einziges vorgenommen ich möchte jeden Tag sofern es mir irgendwie möglich ist ein Video hochladen und das ohne Ausnahme ich möchte im Jahr 2017 mindestens 365 Videos hochgeladen habe jeden Tag einen im Endeffekt ich habe dieses Jahr habe ich die 1000 Videos tatsächlich durchbrochen da sind jetzt 1000 Videos öffentlich auf meinem Kanal ich gucke mal genau wie viel es am 21. also Stand jetzt gerade sind mittlerweile sogar der 22. schon im Moment sind es 1040 Videos die Stand jetzt 21. Dezember 2016 online sind auf meinem Channel ich möchte dass es mindestens 1400 sind 1405 gewissermaßen bzw. es werden wahrscheinlich 1425 sein die es dann sein müssen weil wir haben ja noch ein paar Tage und jeden Tag kommen zwei Videos im Moment und das werde ich auch bis zum Jahresende durchziehen also da sind da ist nochmal wirklich Video-Offensive und ich möchte das unbedingt erreichen ich bin mir absolut sicher dass ich das auch erreichen werde das ist mein eines großes Ziel jeden Tag ein Video auch in den harten Zeiten also Januar also Ende Januar Anfang Februar sowie den kompletten Juli durch wo ich meine Prüfung einfach habe auch da möchte ich genug im Voraus aufgenommen haben dass ich jeden Tag ein Video online stellen kann einfach weil ich mich wirklich stärker auf YouTube konzentrieren möchte ich kann hier einfach wirklich ich selber sein und diesen Teil meines Hobbys möchte ich ab sofort wirklich noch mehr ausnutzen das möchte ich wirklich da möchte ich noch mehr drauf zurückgreifen denn YouTube ist wirklich etwas was mir privat sehr weiterhilft was mir sehr viel auch schon weiter geholfen hat ich konnte früher zum Beispiel war es mir absolut nicht möglich wirklich viel zu reden ich war ein so unfassbar stiller Junge ich habe durch YouTube das Reden gelernt weil ich in Let's Plays da saß und ich wollte nicht irgendwie still und langweilig sein also habe ich einfach gesagt oder einfach irgendwas heißt einfach ich habe halt angefangen ich habe dann wirklich angefangen weil es wichtig war und weil man halt reden muss ja ich habe irgendwie Minecraft war ja so mein allererstes YouTube Projekt gewissermaßen da musste man halt einfach reden und ich wollte so sein wie mein großes Vorbild Gronkh ich habe das auch irgendwann erreicht und jetzt seht ihr wie viel ich rede ich rede hier eine Viertel oder eine Dreiviertelstunde einfach so mache ein ewig langes Video was ich eigentlich gar nicht vor hatte ja aber das ist gut so und das hat mir gefallen ja und das war mein YouTube Jahr 2016 im Vergleich zum 10 Minuten Rückblick 2015 ist das ein bisschen mehr geworden mit 45 Minuten ich hoffe er hat euch gefallen ich hoffe das Gameplay im Hintergrund hat euch gefallen mal wieder Totally Immersion Racing zu sehen wir sehen uns wieder in einer halben wir sind 2017 ich ne warte ich weiß noch nicht wann ich das hochlade lade ich das vielleicht sogar ich glaube ich lade das um 23 Uhr hoch weil dann kann ich noch sagen wir sehen uns wieder im Jahr 2017 rutscht nicht zu weit habt noch frohe Weihnachten tschüss und danke fürs zusehen nochmal ihr seid echt die besten danke ich hoffe ich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal